Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ein kleines Video für zwischendurch. Es ist aber zufällig das tausendste Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ihr habt richtig gehört, tausend Videos schon. Ja, und deswegen ist es mal Zeit, wieder für mich mal Zeit, das mache ich ja ab und zu. Einfach auch mal wieder Danke zu sagen, dass ihr immer noch so fleißig die Videos schaut. Ich bedanke mich für alle Likes und für alle Kommentare und dass ihr immer noch nach so vielen Jahren, ich mache das Ganze jetzt schon, also dieses reine YouTube-Ding mache ich ja schon seit sieben Jahren jetzt auch und immer noch sind so viele Leute am Start und es wächst hier weiter, kommen immer neue dazu und vor allem auch viele sind von Anfang an auch dabei, also das freut mich natürlich sehr. Und ich hätte natürlich damals nicht gedacht, dass ich mal tausend Videos schaffe. Ja, bei meinem ersten Video, was ihr einfach euch auch nochmal angeht, ja, oder schaut es lieber nicht. Bei meinem ersten Video dachte ich noch, es wird kein zweites Video geben, ich kann das gar nicht. Ja, so richtig professionell kann ich das ja immer noch nicht, aber mittlerweile halt heute zum tausendsten Mal was versucht. Und ja, deswegen auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr noch weiterhin dabei seid. Und damit dieses Video jetzt nicht nur eine Minute oder so geht, kann ich dieses tausendste Video auch dazu nutzen, direkt mal zwei neue Formate anzukündigen, die im Dezember, also da habe ich noch keine Folge von aufgenommen, aber die ich im Dezember anstrebe, dass da mindestens eine Folge von jedem Format kommt, vielleicht auch sogar zwei, wahrscheinlich eher eine, muss ich mal gucken, was ich da, weil ich da noch einiges vorhabe. Im Dezember habe ich so einiges vor halt zu bringen. Und ja, deswegen würde ich das gerne im Rahmen dieses kurzen Videos auch ankündigen. Und zwar einmal möchte ich euch mal meine Figurensammlung nach und nach vorstellen, also immer in so kleineren Episoden. Ich will einfach euch zeigen, was ich so an Figuren habe. Ich bin ja kein, ja, hauptsächlicher Figurensammler. Ich sammle vor allem Comics und vor allem Hörspiele. Und für diese beiden Formate gibt es, für diese beiden Sachen gibt es ja auch zwei Formate, also speziell, wo ich die Sammlung zeige halt jeweils, also sowohl Hörspielsammlung als auch Comics-Sammlung. Für beide Medien gibt es natürlich hier tausend andere Videos auch auf dem Kanal. Das sind ja so meine Hauptsachen, Comics vor allem, aber Hörspiel-Reviews habe ich auch schon gemacht. Da müsste jetzt auch langsam mal noch was kommen. Auch im Dezember werden da wieder Hörspiel-Reviews kommen müssen. So, das wäre also das eine Format. Das werden auch jetzt nicht super viele Folgen, also bei der Comics-Sammlung habe ich ja schon über 30 Folgen. Und bei den Figuren werden es natürlich nicht so viele, aber ich werde auch nach und nach meine Figuren mal zeigen. Das wird natürlich noch im Dezember halt anfangen, aber auch ins nächste Jahr gehen und so. Und dann immer, wie ich halt Zeit habe. Und dann das Zweite wäre halt auch Sammlungsvideos und zwar mal über meine Filme und Serien. Weil ich habe mir gedacht, also das wird in einer Kategorie stattfinden, Filme und Serien, die ich auch mal nach und nach zeigen kann, was ich da so habe auf DVD vor allem. Aber eventuell, ich habe ja auch noch ein paar Videokassetten, das kann ich dann auch zeigen. Ja, und das sind, auch dort bin ich jetzt nicht spezieller Sammler, aber ich habe da schon einiges, wo ich dann auch ein paar Folgen machen werde. Bei den Filmen wird es halt, und Filmen und Serien, wird es halt nicht nur um Comic-Verfilmungen gehen. Die Comic-Verfilmungen, die ich habe, werden natürlich im Zuge dessen auch vorkommen. Aber es wird auch über andere Filme und Serien, die gar nichts mit Comics zu tun haben, gehen. Da könnt ihr mir hier dieses Video mal reinschreiben, ob ihr das überhaupt wollt oder ob ich mich nur auf die Comic-Verfilmungen fokussieren soll. Aber ich will eigentlich euch alles so zeigen, was ich so an Filmen habe und gerne schaue. Und ja, manches oder auch manches, was ich habe und gar nicht mehr so gerne schaue. Also jedenfalls diese ganzen Sachen will ich euch zeigen. Schreibt mir das mal alles rein, wie ihr das findet. Und was ihr sagt zu 1000 Videos und ob es jetzt reicht mit Videos oder ob es noch mehr werden. Aber es werden auf jeden Fall noch mehr, weil ich halt noch einiges zeigen will. Ob ich aber nochmal 1000 weitere schaffe und es irgendwann 2000 Videos auf dem Kanal gibt, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht, wie lange ich das noch machen kann hier. Werd ihr auch immer älter. Ja, gerne kommentieren, gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich mal, wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder schönen Morgen, wann immer ihr das Video sehen werdet. Bis dann. Ciao. Ciao.